Und schon, wie sehen sie im Karton? So kann es gehen, ne? So kann es gehen. Oh, it's your turn to ban. Oh, ich wollte ja silence spielen. Viper war ja nur mein Ausweichheld. Ach ne, ich geh auf die, okay. Stimmt, ich habe ihn hier umgemodelt, er sieht ein wenig komisch aus. Ach ja, wenn ich Viper nur mal bekommen kann, weißt du? Ja, eigentlich schlatte, aber ich wollte dann schon Viper haben, ne? Oh, man, man. So. Mungo ohne Mord. Mungo ohne Mord. Evening. Angry Brit. It's your turn to pick. Hey. Er macht wenigstens was her. Das ist auch das Schulterteil, habe ich leider nicht. Glaube ich zumindest. Ich hätte noch das, aber das sieht so blöd aus. Und das sieht genauso blöd aus. Stimmt. 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 Obwohl ich meine, das sieht schon Warrior-mäßig aus, ne? Das ist die ganzen Vogelkram, ja nicht wirklich. ach komm mal hin, nehmen wir den warrior und dann... äh ja das ist die andere sache passend dazu captain amerika nee wie ist das schild das sich aus ausflattert da da gibt es auch ein ein schild das ich wer soll sie wählen, dex? zeus Red King ist nicht gut, ja? Red King ist nicht gut, äh, ist nicht schlecht. Ja, 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 ja. Vor allem Offlane? Warte, Offlane? Offlane? Wer war da in der Offlane? Warte, hä? Sky mit Blood Offlane? Waaaah? Wer kommt auf die Offlane? Luna Safelane Bloodseeker Offlane. Wie müsste er eigentlich? Sky Mitte. Ähm... Ähm... A King Curse. Oh, shit, man. Wo krieg ich mein Mana am Ende her? Wo krieg ich denn mein Mana am Ende her? Ja, aber A King Curse müsste ich schon sagen. Ähm... Intelligence, HP Regen... Aber das setz ich doch aus... 30 Sekunden zu battle. Huh? Ja? Weg! In da? Lina. Ah... Pfff... Pfff... Oh... Achtung... Oh, und Ricky... Oh... Oh... Ne, Ricky ist top? Okay. Bueno... Garnt ¿ KO8ChrO5-DAS CHRINKogo Hayd? Ah.. Der Hush! Ballin auf. AufOTT. Ich bin auf der Abstand Who. ... Müß nicht beschwören. Man kann schon... ... nervig sein him유 Ricky zu haben. Wobei, eigentlich dürfte der bis Level 4, 5 nicht genug Damage haben, um überhaupt irgendwas zu machen. Geschweige denn, dass der auf Level 1 die Fähigkeiten hat, mehrere Helden aufzuhalten. Oder davon abzuhalten, zu ihren links zu gehen. Naja. Bisher ist er noch alleine. Nicht gut. Oh, ich mache ganz schön viel Damage. Ich kann nur mit meinem Right-Kick. Ich hätte das überhaupt gemerkt. Das darfst du? Das Problem ist, dass ich eigentlich jetzt noch Clarities brauche. Oh, muss ich weiteres machen. Damage. Das war so optimal. Im einen, sie haben Blut? Nee. Ja, Blut. Ja, Blut. Ja, Blut. Macht's nicht viel Damage. Macht's nicht viel Damage. Und ich glaube auch nicht genug Regen, um das aufrecht zu erhalten. Nicht in dem Zustand. Ich kann hier leider nicht... Das Einzige, was ich machen kann, ist ein bisschen Right-Click. Mit genug Geld würde ich mir noch einen Blightstone holen. Genau. Das ist natürlich dann auch wieder ein... Nicht mich, ich mich, ich mich. Nicht mich. Ah, Arschloch. Dammit. Oh, komm her. Ich darf sogar eine Nervensäge. Nein, du hast Bloodright. Ich weiß auch, dass es funktioniert, aber... Nee, ich hätte früher anfangen sollen. Ich könnte ein paar Games da brauchen, um ehrlich zu sein. Oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Du klaust mir nicht. Ja. Dankeschön! Ich bin auf den Sack. Die Clarity sind echt Mist. Ich kann mich nicht die ganze Zeit verstecken. Ich muss nur irgendwie in irgendeiner Form einen Blightstone holen. Ich meine, wir sind noch nicht gestorben, aber... ...wirklich was aus der Lane gewinnen... Theoretisch hat er schon mehr Items dabei. Also ohne mehr. Aber bei ihr könnten sie auf dem Weg sein. Das ist die Sache. Wie sieht's hier aus? Sky ist Level 5. Der ist Level 5. Er hat eine Bottle... Was ist gerade ein Kurier für ihn? Nichts. Hä? Nein. Wieso kontrolliert der dann den Kurier? Ab 100. Der hat auch nur Boots und eine Bottle. Was ist das für ein Bild? Ist der Bottle First Item gegangen oder wie? Ich meine, kann ich mir schon gut vorstellen. Ist schon nicht... Bottle ist nicht ohne, aber... Ich meine... Bis auf Slada kann... ...art sie ja eigentlich heimgehen. Was soll das Ergebnis eigentlich... Nein! Mit starbass. Na dem Heimgen des newisenden Kurier. Ich habe ihm einen Platz gezwungen. Gern. Ich habe bah, dass sich nicht mehr zu lassen. Ich habe ihn benächter. Ich habe einen Platz verjum. Sie städte dich nicht. Ich werde dich oder es gehen, ja 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 ich bin schon ich mache mein move danke was der heck ok, Jock, hier ist er für die Twins mit Quickness ok ein wenig wir sollten vielleicht gegen Ganks grundsätzlich mal sehen wir natürlich nicht hier rein, aber das ist nicht dramatisch von dieser Sicht über den Sektor bin ich tatsächlich gewillt shit bin ich tatsächlich gewillt mal den den Bild anders zu machen interessant aha ah shit 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 wirklich? 4-Mann-Gank ich meine ricky miss ist schwer soll es miss? ja, wenn wir schon rüberkommt ist natürlich genau die Möglichkeit den silently nicht die die das ganze um es ist so es er Langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Luna. Luna wird irgendwann tanky sein. Toll, wann? Minute 50. Plus Minus. Ich meine, ich setze bei dem entspannten 12er, 13er, der schreibt mir, Gozu, Gozu, und Gozu sagt mir, ich habe als Argon gespielt, whatever. Oh, ich will dich erkennen. So, was haben wir? Ah, der war schlechter. Ja, der Rest war ein paar von, aber Patch war eine dumme Sau und Ruvik eigentlich auch. Der einzige Passage hatte war Heal. Okay, Platzi, der hat keinen Bock mehr. Psch, kein Gott. Too bad for you. With Quickness. Hm. Solange ich genug Manafee-Scheiße habe. Ist alles gut. Oh, Reki immer noch. Shit. Was? Ach, Mann. Ja. Gange. Hey, sie haben Wind gekirrt. I go. Wunderbar. Komm. Alter. TP und dann nicht bewegen, oder was? Yes. Wenn es jetzt schlau wäre, hätte er seine Uchi getötet. Ich will ihn... Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Okay. Oh. Hat es tatsächlich gemacht? Äh? Geil. Hat es echt gemacht? Und es war keiner wirklich low. mit Quickness. Hm. Ah, die sind ja alles noch hier. Ich will mich verarschen. Oh, da ist zu weh. Da ist zu weh. Oh, jetzt hätte er es nochmal machen müssen. Das wird er... Der wird tot sein. Auf. Das ist nicht gut. Das tut weh. Wie wär's, wenn wir uns alle mal... Äh, Luna ist schon wieder raus. What the fuck? Oh, Sky ist noch okay. Was, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sky noch soweit okay ist. Das ist eigentlich ein Ziel, welches wirklich mal, ne? Das hat ihm weh getan. Ach, ich hasse ihn. So, wenn ich jetzt mal los hab, dann bin ich wenigstens nicht mehr ganz so langsam. Oh, ich weiß nicht, dass ich jetzt mal los hab, dann bin ich mal los hab, dann bin ich mal los hab. Ach komm schon, wirklich? In dem Moment Ach komm schon, ich werde dich unterbauen. Ich hab immer noch keinen Endstuhln. Ja, nichts. Ach, schon wieder, willst du mich verarschen. Schon wieder. Uuaah. Ah. Ich mein, ich bin auch Level 6, also. Ups. Nur hoffen, dass ich an ihm vorbeikomme. Ja. Meinst du? Oh. Ja, 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 ja. Erste Endzone. Erste Endzone. Ist ich dabei? Oh, da ist Zeus. Genau, Zeus, leg dich mit Silence an. Best Idee. Shit, ich hab so viel mit Mane. Mist. Naja. Ja. Hm. Hm. Oh. es sind wieder vier hier, oh das ist gut, das ist gut, ich meine nicht vier, aber es hilft wir könnten Arkane Curse raushauen der ist Zeus, 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 oh man wirklich, oh da war einer und da sind noch mehr ich hasse es ich brauche noch 25 Clarities okay, solange es bei dem gut läuft, ich will nicht behaupten, dass er irgendwie schlecht läuft gerade ähm der kann fuck ich kann doch ein bisschen harm shit das ist sehr freundlich Pech werde ich gleich gesappt ups, ready klingt gut aber irgendein Ziel, was mehr wert ist als Jakira nicht so, ne ja das ist ziemlich ja die die des Was war dein Lieblingshafen? Es war das der Lieblingshafen am Ende. Das war's! Ich bin in Neubauer. Das sollte bloß mit Demut unterwegs sein, oder? Komm schon, Mann. Oh, shit, 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 shit. Das ist... Okay. Das war klasse. Der hat mich jetzt schon zweitmal gerettet. Oh, Tower-Agro, Mann. Das ist natürlich... Okay. Das Interessante ist, dass Sie immer wieder da unten einen Central und einen Observer hinstellen. Als ob sie es nicht lernen würden, was das die Worte... Luna ist nicht mehr der entscheidende Faktor hier. Hm. 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 Das ist nicht mehr der Schmerz. Ja. Hm. Hm. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist nicht mehr der Schmerz. Ja, nichts mehr wieder. Okay. So. Ich werde Global Silence. Aber. Ich werde das. Ich werde das. Oh, was zur Hölle? Oh, da ist ein Wind. Die will ich nicht an dem Arsch haben. Vier Ind in 20 Minuten. Wir kommen nicht voran. Ich meine, wir haben mehr Kills, aber wir kommen nicht voran. Soll ich mal behaupten. Uff, der habe ich aber normal. Konnt weggehalten, ja. Yes, okay. Dammit. Zu kurzem Distanz gedrückt. Zu kurzem Distanz gedrückt. Okay. Oh. Ah, shit. Ah, damn. Ah, man. Hallo? Okay. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ich würde sagen, ich versuche mal ein Ward aufzustellen. Oh, Ricky. Ricky hat ein Diffusalblade. Das ist ein Ward. Ja. Ja. Das ist natürlich viel dabei, um uns abzusichern. Oh. Ich gehe. Ja, du willst es? Ja. 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 Nicht für mich, sondern für mich. Ja. Dammit! Give me damage! Ich habe einen Weg. Attack! Oh! Ah! Hm. Ich mache meine Bewegung. Oh! 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 нибудь Oh! Oh! Ja! Uh! Gurgh! Wworkers Ich habe Wugh! Ich mache meinen Weg. Das war gerade echt Zufall, dass ich den da geblieben habe. Traurig, aber wahr? Ähm. Ja, aber hat ihn gerade genutzt, von daher. Ähm. Vielleicht kriege ich genug raus. Ähm. Ich meine, ich kann es versuchen, ein bisschen zu gestalten, aber... Ich weiß nicht, wie es hier stehen... Ich hab noch einen. Ups. Shit. Der ging daneben. Ach, das ist Zeus. Yes. Au ja, wunderbar. Dazzle. Ja. Ja. Okay, bin ich. Oh. A-ha. Ah, I got you, bitch. Got you, bitch. Ist Blatt gestorben? Oh, dang it. Der hätte auch nicht mal kurz auf den anderen springen können. Mein Forster fahrt ich auch nicht bereit. Wir haben eins, ich bin da. Hm. Hm, naja. Ich weiß, ich hab der Kiro gekillt, mehr oder weniger. Und Sex ist gestorben. Intelligenz ist schlecht. Negativ weiß alles nichts. Goddammit. Ich hab da gerne einen Observer hingestellen. Ich weiß nicht, was ich machen muss, aber... Ich weiß nicht, was ich machen muss, aber... ...nach ja. Ich mein, Sex ist jetzt alles rewarded. Oh, 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 oh. Silent running. Ein Schritt vor. Ah. Dang it. Soon, auf selber weiter. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Um. Oh, shit. For God's sake. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, na ja. Zweifel geworden. Können wir nicht viel machen. Mit Tower Stone. Okay, wenigstens etwas. Manta hat's auch. Ich... Ich könnte ne Pipe bauen, aber ob das so sinnvoll ist... Ah, ist dann die andere Frage. Ich... Lauf dann wieder mal. Oh, da war einer. Ein Zeus. Oh, yes. Da ist ein Shakiro. Hm, ich weiß nicht, ob ich mal auf dem Lein rücken sollen. Oh. Oh, Global hat der. Äh. Salve kill. Hm. 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 Okay, ich hab die Doppelzeilen nicht mehr. Ich hab's bekommen. Hm. 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 Äh. Warte. Nice. Oh, ein Gem. Okay. Okay. Dann. Äh. Ja. Grundsätzlich nicht verkehrt. Grundsätzlich nicht verkehrt. Ähm... Ich muss sagen, ich will es checken, aber... Ich bring's in die Base, haben sie schon recht. Oh, ich muss mal aufs Klo. Puh, ah... Für den Fall der Völder, dass wir irgendwann einen Tank haben, der es tragen kann? Äh... Ich zwinge mich. Tatsächlich nichts da. Ja. Ah, shit. Tut mir ja leid, aber da hab ich jetzt das gerade echt nicht. Ich soll wirklich mal da hin. Ah, go. Mhm. Definitiv. Oh, shit. Ja, okay. Steal... Brauch ich schon. Und... ...gleich weiter aufs Klo fortgehe. Ähm... Ist das Gold definitiv nicht verkehrt? Ja, ich hab ein bisschen Gold aufgekommen. Ja, ich hab ihn nicht verkehrt. Oh, ist es leichter, will ich nur Nichts haben? Oh, ich habe auch noch ein Gefühl bekommen. Okay. Oh, da ist die Jakiro. Oh. Fuck. Shit. Das war natürlich doof. Aber dafür... Komm schon, Luna. Mach mit. Komm schon, Stunt, Stunt, Stunt. Stunt. Ja, nein. Gib ihn. Okay. Hurricane Pike ist fertig. Das ist wunderbar. Ich kriege... Gold in... Ah. Das habe ich eine Hürrikanke. Grundsätzlich nicht genug Mana, aber damit wird sich das hoffentlich ändern. Au. Au, da ist ein Shapiro. Oh, shit. Na. Ich mein, ich, ich, es wird langsam, ich bin reingegangen, obwohl es doof war. Es war dann traf ich meine Schuld. Ähm. Wenn ich dann den Orkid hab, wird es hoffentlich noch was, aber... Na, es war einfach doof, da noch reinzugehen. Der Versuch war nicht... Nee, aber auf dem sind halt... Nö. Ist der Zepte direkt als... Nee, warte, gar nicht. Glaube. Ist schon 25? Hängt mich. Ah. Na gut. Nö. Und curse dem. Shit. Strange. Ist das man auf? Waaat? Ja. Yes, es kostet mich So gut wie kein Mana Es kostet mich so gut wie kein Mana Das ist geil Oh ne, okay, wir haben ihn nicht lange gecheckt, mein Fehler Mein Fehler Ja, Blood, geh du mal da hin Oh, 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 oh Oh Leider haben wir nicht getötet Fuck Dammit Ah, Ricky Goddammit Warum hab ich die? Die war doch Silenced Ich hab Silencede vor eingesetzt Die hätten ein bisschen gestreut und hier in die Richtung Dann wär das nicht ganz so gewesen, aber Noch einen Moment warten mit dem Silenced Lass sie jumpen und dann, oh Nice Ich schweine Hm Was Okay Die gehen alle ins Ähm Da bin ich auch weiter drin Ähm Und mit einer 8, 6er Regen kann ich meine 15, 15 meiner Moonblade schon ordentlich aushauen Die Range ist halt ein bisschen ätzend Geist Oh 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 Eiss Eiss ein bisschen Geld kriege ich komm schon, kriegt ihr den noch? dang it, da ist er so, ist wunderbar wenn sie den kriegen, ist schon mal ein gutes Stück der Miete schon interessant, wie die Küche wichtiger sind als nein gut, ich hab mittlerweile auf, auf, nicht gut auf geht's okay, der Ricky ist auf Top abgehauen, Richtung Top abgehauen, oh oh, dang it hä, ich bin in der Richtung katapultiert, okay, meine Weg, oh, wir gehen alle Top, okay ich mein, jetzt okay, ja, ich bin auf 18 mittlerweile und ich hätte meinen oh, geht ja schon, vielleicht aber nicht falsch ich bin in der Richtung so, ich bin in der Richtung ja, ich bin in der Richtung äh ooooh shit zu spät ok got it kein noch hmmm nope ooooh du dreckst auch hmmm ooooh hohoho ok ah ja hehehe ich kann ah nice hmm huuuu nice oh der einzige der uns wirklich drin gehalten hat wenn der nicht MVP wird dann wäre das echt das wäre wirklich traurig ja goddammit ich habe es halt gut gespielt ach ja ach ja ach was läuft